ARD Text im Auftrag von Funk Entschuldigung Sag mal, wieso sitzt du auf dem Schwimmring? Er hat dem Urin Was ist das? Das ist nicht Sportverletzung Was machst du denn? Du hast gesagt, die soll ihn desinfizieren Den Rasier, du Eule Die Römer hat verkebt mir Andreas, meine Eier klemmen fest In der Bank Wenn Sie reingehen, gehen Sie auch irgendwie wieder raus Nein, gehen Sie nicht Sie sind angeschwollen Das geht jetzt so, Tommy Nicht so ziehen Hallo? Mann, wir haben hier ein kleines Problem Sehen Sie das nicht? Eier stecken in der Bank fest Kommen Sie, gucken Sie selber mal Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall